okay okay wir haben ihm zumindest schon mal die ersten einheiten weggenommen das ist doch schon mal gut dann hier kommt macht diesen tor im marsch und die energie sehr gut dann habe ich jetzt zwei sammler im einsatz mit seinem drecksten armutpanzer macht die energie platt los meine güte so geil geil so geile aktion natürlich klar klar wirklich ein richtiger penner ist das so aber geschafft so dann hier kann ich sogar rein wer da kein raketenturm sehr gut kann ich da auch rein wunderbar ja klar natürlich maschinengewehrturm hat panzer vollgeklapp gebracht ja ist ja gut kommt macht den im arsch der hält nichts aus alles klar oh man leute in der letzten folge waren die einheit noch wieder so geil echt was ist da denn schon wieder so dann fahrt hier rein so ist klar komme ich hier irgendwie vorbei ja klar natürlich so die kann ich aber überfahren war ich doch nicht aus mann ihr nervt doch diese drecksraketen dinger so dann danke okay gut und die manniken sind auch weg sehr schön sehr gut der hat irgendwie immer noch ja hat immer noch geld so dann macht die kaputt das macht den im arsch so war doch darüber meine güte okay schritt für schritt schritt für schritt beißen wir uns hier durch schritt für schritt wo sind seine sammler eigentlich die sind hier unten noch irgendwo manniken okay aber dann kann ich ja gleich hier unten reinrollen und das habe ich schon doppelte folgenlänge fast wichtig ist ja so wenn der spaß beim zocken vielleicht mache ich auch ausnahmsweise mal einen cut zwischen den videos muss ich mal gucken wie ich das mache weil er gibt ja hier nicht auf aha jetzt jetzt kann ich ihm seine sammler wegnehmen und dann ist ende sehr schön leute dann stellt euch bitte hier unten hin und wenn er gleich wieder mit seinen sommeren angeschissen kommt dann nehme ich ihm die weg da kommt er mit allen seinen einheiten an und da hat er keine kohle mehr obwohl die videos eigentlich noch voll sind das ist der plan hier und der plan der muss funktionieren weil schaut euch das an hier ist fast keine kohle mehr so genau der plan hier der muss jetzt funktionieren deswegen habe ich jetzt hier noch einen so bewegt euch ja klar was auch sonst irgendwie habe ich das gefühl dass die einheiten vom gegner immer schlauer sind als meine was kommt dann jetzt da an was so nein 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 das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen aber sei dank so sammler platt machen los platt machen die scheiße hier auch platt machen platt machen platt machen sehr gut okay dann jetzt verteidigen jetzt könnt euch verteidigen so drüber fahren drüber fahren direkt drüber fahren und hier platt machen ach doch kein eins gegen eins gegen den kranzpanzer ihr merkt ich bin angespannt hier ne so dann hier unten bitte so groß das manniken da mein gott hat noch ein sammler gebaut aber sieht gut aus sieht recht gut aus was machen die da eigentlich schon wieder so lasst den sammler in ruhe und fahr die platt war die alle platt einfach ja natürlich zwei orcas na klar zwei orcas auf meinen schönen sammler ja gut das ist halt ich habe jetzt hier unten halt auch keine kohle mehr das heißt ich müsste das jetzt eigentlich mit denen schaffen oh man sollte das ist gleich ein showdown der hat ja noch kohle die er hier weg sammeln kann war nach hause kommt ja krass die orcas so das ist jetzt ein bisschen scheiße gerade weil der hat noch genug kohle hier und ich habe hier irgendwie nichts mehr doch hier oben hätte ich jetzt auch einmal noch was ja toll dann würde ich aber erst mal 2000 ausgeben ja gut ja gut ja dann traut euch einfach ja kommen oh man kann es mal aufhören danke oh gott ja keine ahnung und scheiße das war mein sammler toll ich muss eigentlich neue raffinerie da oben hätte ich nicht verkaufen dürfen puh weiter schwierig kenne ich auch wirklich verticken der baut aber keine panzer mehr der baut nur noch scheiß mäniken verkauft das ding los was kann ich noch verkaufen scheiße ich muss irgendwas verkaufen hier so den turm das reicht auch nicht energie so das reicht okay sehr schön dann so dann hier und die sammeln los und weiter ich habe jetzt noch zwei die habe ich eingesperrt gerade eben so kann sich mit unten sammeln hier los ja klar natürlich auch noch irgendwas um mich hier um zu verteidigen das ist eine abgezählte mission oh mein gott ich mache hier oben das dorfplatz wenn mir langweilig ist verstärkungen sind eingetroffen boah ist eine hick-hack-mission ey wo kommt die denn jetzt her ach das ist okay wo kommen die denn jetzt her sagt mal so dann macht die kaputt oh gott ey oh gott ich bin am schwitzen Leute ich bin am schwitzen das hatte ich noch nie weil komm an den guckern noch nie dass ich hier irgendwie am schwitzen bin boah weil ich langsam echt wartet mal was ein dreck was ein dreck so speichern komm speichern mission 13 not ich kann auch schon nicht mehr schreiben ey gleich mal ich muss mal durchatmen wartet mal trinken die mission ist hart die mission ist echt übelst hart so dann rein hier los der kann jetzt keine gebäude mehr nachbauen hier schießt euch durch los dieser scheiß raketenturm und fahrt bitte nicht wo wird denn meine basis jetzt angerufen so mach doch nicht so einen scheiß so ähm die einheiten sind aber auch stroh dämlich ey so hier und jetzt hier unten die scheiß mannigen weg machen weg machen weg machen weg machen so gut ähm hier unten die basis ist weg boah ey sehr gut sehr schön was was zur so ja wer helft nicht weißt du helft nicht alter ja fahr rückwärts fahr rückwärts du blöder mammut ey so so das ist zu viel nach den raketenwerfer platt so der nervt echt übertrieben mit seinen mäniken ne ja verstärkungen sind eingetroffen was so was macht ihr denn da schon wieder ja klar ja klar ähm dann so ich mach das hier und energie platt meine güte ey ich hab kein geld mehr ich muss das jetzt mit diesen einheiten schaffen aber nicht wenn da noch so ein scheiß schiff rum kreucht muss ich echt alles platt machen ja ich muss alles platt machen ne der mit seinen dreckswennigen ey das nervt mich jetzt gerade echt übertrieben hart so ähm so dann ich brauche Verstärkung hier unten ne das geht gar nicht anders der sammelt dann natürlich jetzt schön die kohle ein ne ist klar leute ist klar und ich hab da oben kein auch kein geärzt mehr raffinerie muss nachbauen die raffinerie feiße das ist jetzt natürlich ein Mist ich hab ja nix mehr ich hab ja nix mehr ich hab noch eine letzte idee ähm bau ne mannigen fabrik dann nehm ich mir da unten die silos weg das ist jetzt gerade ne tunnel mission leute ähm seht's mir nach wenn die folge extrem lang wird aber ähm ich muss das hier schaffen jetzt ich will das jetzt hier schaffen so ähm ich will nämlich wartet mal ich brauche einen invasor nur ich brauche nur einen invasor kriegt ihr den kaputt fahrt doch nicht da außen rum was macht ihr denn eh das kommt dann natürlich mit seinen letzten mannigen die er noch hat ne mach den im arsch man so sehr gut kommt ihr da noch hin so einfach einfach den wasser move hier so was ist denn daran so schwer mannigen zu überfahren so so dann habe ich tatsächlich alle taktischen würbegriffe hier ausgenutzt würde ich mal sagen ähm das ding ist halt was kann ich dafür vertiken den radar eigentlich ja die werde ich gleich eh nachbauen ja lasst euch platt machen von denen ey so ich habe die sind immer noch nicht fertig hier habe ich die nicht da drauf geschickt so invasor hol dir ein silo so hol dir ein silo ähm nicht dass der jetzt seine kohle ausgibt ne in ordnung in ordnung in ordnung äh nein das hasse ich ey diese Drecksraketen teile ey so oh klar ähm oh yeah Leute okay das hat geklappt sehr schön ähm dann bau bitte hier unten eine kaserne auf das hat geklappt sehr schön ähm dann bau da unten bitte eine kaserne auf einheit verloren ok das ist ok ähm na jetzt brauche ich aber den nächsten Ingenieur das hier verkaufen so oh man queuu so pfff pch pfffj was soll ich hier verkaufen ey na wohle ja klar Mensch ich glaub ich schaff das nicht ist nämlich noch ne ganze Basis kein Problem ich schaff das nicht muss die energie verticken ja natürlich so ein kleines kraftwerk ja klar doch platt um gottes willen und eine kleine energie so brauche ich noch zwei panzer was ein scheiß echt deshalb das schaffe ich nicht das muss ich noch mal laden okay gut alles klar da habe ich auch jetzt nämlich noch ein bisschen geld noch hier zuerst die türme platt so okay da oben die raffinerie um nicht verkaufen heute dann jetzt konzentration leute konzentration bitte ich bin bei einer stunde heute darf ich vorstellen die längste folge bei einem meiner let's plays die längste folge weil diese mission einfach ist erfordert die mit ihren drecks raketen soldaten so meine güte helft doch beide jetzt brauchen wir sie das okay leute ihr könnt euch aber auch nicht selber werden hier geht mir so auf den senkel da oben kommt er jetzt wieder was macht er denn ein sammler hier im arsch ja ist in Ordnung macht doch nicht so ist das ist ja fast schon stream hier was ich hier mache so geht es ja noch nicht so geht es ja noch nicht kollege so und habe ich die raffinerie auch schon nicht mehr okay das war eine drecksmission was haben die entwickler sich dabei gedacht was haben die entwickler sich hierbei gedacht wirklich was haben die sich gedacht was haben die sich gedacht die entwickler ich bin gerade sprachlos leute ich bin gerade echt sprachlos ich glaube ich brauche dann mach mal alter leute ist es kurz vor zwölf ich brauche dann noch mal eine kommende konkurter pause gläubig ja der orca der macht mir jetzt noch den sammler platt danke du ich brauche hier unten eine raffinerie so auf die da oben so schafft ihr den den schafft ihr ne den müsst ihr schaffen der hat jetzt gerade keine einheiten den müsst ihr schaffen jetzt hand von not ich bin gerade echt überfordert mit dieser mission eben man so immer so zwei stück einer reihe einer ich kann nur einbauen sehr schön dann macht bitte weiter diese basis platt dann kann ich schon mal eine neue hand von not in auftrag geben die kann ich verkaufen hier hoch so sehr gut energie platt machen los ich weiß aber nicht warum das jetzt so viel besser geklappt hat keine ahnung da wird parki an so da ist mein invasor sehr schön kommt schon das ist sicher ernst da war nichts drin da war nichts drin ja und da kommt noch ein kampfpanzer ja ey ihr wollt mich doch verarschen echt ihr wollt mich doch einfach nur verscheißern ja werde ich nicht warum bringt das denn nichts warum bringt das denn nichts hier hallo kannst du mal schießen so das bringt nichts ja das war besser einmal invasor noch hier äh was was baue ich denn so verkaufen mein gott das kann ich eigentlich schon wieder vergessen das kann ich eigentlich schon wieder vergessen oh gott heute ja das kann ich wieder vergessen es tut mir leid das ist doch nicht wahr ey das ist nicht wahr das kann ich wieder für den arsch das ist wieder für den Müll hier ach Leute ey Leute ich werde das so machen ich werde die Folgen cutten das sind ja so mit vier Folgen ist einfach so mein gott hör auf Gummipanzer zu bauen bitte ich muss direkt eine Raffinerie ach 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 der Orca der hat doch jetzt fast nichts mehr der kriegt irgendwo die ganze Zeit die Kohle her ey ich muss dem irgendwie hier den Weg abschneiden aber dafür muss ich hier durch ach Leute hör doch auf das ist doch kindisch ey so das ist klar da kommt der Mammut da kommt der scheiß Mammut an alle zurück na oder nee nicht zurück der ist blöd Gott sei Dank Ich dachte schon, was? So, Raffinerie nachbauen So Okay, dann Gummipanzer Gummipanzer, Gummipanzer, Gummipanzer Jetzt Okay, dann mache ich mit denen jetzt Hier unten die Sachen kaputt So, ähm Ja, die machen den kaputt Das ist okay Hier oben ist ja nichts mehr So, ich darf keine Raffinerie verkaufen Leute, ich brauche die beiden Raffinerien So, die sind sogar voll, sehr gut Die sind sogar voll, ey So, dann Nicht dadurch Das ist schon fast ein Stream jetzt gerade Oh Mann, ey So Könnt ihr mal aufhören Diese Drecksraketensoldaten zu bauen So Findet ihr ganz toll, ne? Findet ihr ganz toll Liebe GDI-Fuzzis hier, ey Mann So Auf den Kampfpanzer da Los So Auf den Renadier, ey So Ja, du machst gar nix Auch gut Alter Paketentyp So So, Leute Ähm, wie gesagt Da muss ich mal gucken Ähm, wie ich das jetzt mache Mit dieser Aufnahme Ob ich da wirklich jetzt noch Ähm, das alles in eine Folge packe Oder ob ich da jetzt mehrere mache Da muss ich echt gucken, Leute Ja, natürlich, klar Leute Natürlich Ich hab mir jetzt hier beide Sammler weggenommen, ne? Oh Mann Der Sack hat jetzt beide Sammler weggenommen Ja, gut, kommt Ähm Ich muss jetzt hier weiter rein Ich muss weiter durch hier Mit den Sinus Das bringt nichts Das bringt nichts So So Hilft ihm jetzt natürlich auch noch das Schiff, ne? Ist klar So Mit den Silos Das bringt nichts Die Taktik Die Waffen Arsch, Leute Der Sammler ist weg Beide Sammler sind weg Danke Penner, ey Echt Das ist doch nicht wahr Das kann doch nicht sein, ey Das kann doch echt nicht wahr sein Wird gebaut Jetzt hat er mir beide Sammler hier Gestoppt Abgebrochen Wird gebaut Jawohl Schon dabei Das gibt es nicht, ey Das gibt es nicht Ihr macht gar nichts, ne? Ihr helft noch nicht mal Wer kriegt jetzt irgendwie die ganze Zeit Kohle für laufend, äh Keine Ahnung Kampfpanzer Ja klar Natürlich, ey So ein Wichser So ein Wichser Sorry für den Ausdruck, aber das ist einfach ein Wichser Nochmal laden Also Warte, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es Mann Da kann man doch nur Ragen bei Da kann man doch wirklich Du gehst bitte direkt runter hier Scheiß Sammler So Da kann man doch nur Ragen bei Ich werde das karten Das ist jetzt eine Folge für nächste Woche Ähm Ich habe keine Ahnung Ich Ich bin jetzt gerade echt Ich bin überfordert mit dieser Mission Ich weiß nicht Ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch machen soll Leute Ich weiß nicht, was ich hier machen soll Ähm Ich bin total im Tunnel Ich kann gleich nicht mehr Ähm Ich kann mich doch nicht um alles kümmern hier Da ist dieser blöde Mammut wieder So Gut Ich muss einfach nur Gummipanzer jetzt hier So Da kommen die Manneken Die machen den Platz Ja So Okay Gut Der Sammler bitte hier stehen bleiben Was macht ihr denn? Warum geht ihr jetzt auf den Sammler? Warum geht ihr jetzt auf den Sammler? Das habt ihr noch nie gemacht Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Leute Verstärkung für hier unten Oder wartet mal Was mache ich denn? Warum gehe ich überhaupt da unten als erstes rein? Warum gehe ich nicht hier hin? Ich vollidiot Das ist noch ein Panzer Sammler bleibt bitte in der Basis Bis ich ihm die scheiß Orcas weggenommen habe So Ähm Boah ey Ich nehme jetzt schon Keine Ahnung Drei Stunden oder so auf Nur Kommandekonker Oh Mann ey So Dann bitte hier direkt rein Hier unten das wegmachen jetzt So los Und nicht dumm sein Ihr seid dumm Ihr seid stroh dumm Ihr seid stroh dumm Wirklich Ich hasse das ey Ich hasse das Diese KI Es geht hier Was macht ihr denn da? Mein Gott So dann nehme ich ihm jetzt seine Sammler weg Dann nehme ich ihm jetzt seine Sammler weg Diese Drecks Sammler von ihm Ja Der darf keine Kohle mehr kriegen Der darf unbedingt jetzt keine Kohle mehr kriegen Na gut dann kommt er mit dem Orca Nimm ihm die Sammler weg Nimm ihm diese scheiß Sammler weg So Und ich mache ihm jetzt seine Hauptbasis platt Wenn der scheiß Orca nicht wär Ähm Und direkt überfahren So Jetzt den nächsten Kampfpanzer Meine Güte Der hat Kohle Der hat Kohle Hauptsache der hat einfach Kohle ohne Ende Der hat endlos Geld Ich habe keine Ahnung Leute ich muss Ich brauche echt mal Das gibt's nicht Das gibt's nicht Leute Der hat endlos Geld irgendwie Ich gebe gleich auf Wenn das so weitergeht Ich gebe gleich echt auf Das kann ich schon wieder vergessen Das gibt's doch nicht Ey Leute Ich glaube ich nehme halt kein Dino Quiz 2 mehr auf Das ist mir zu blöd hier echt Das ist mir hier echt zu blöd Wartet mal Wie komme ich denn hier am besten rein Ich muss hier unten her Ist doch so eine Drecks Map irgendwie ey Ja Verkauf Und Bau Und keine Ahnung Ja natürlich Der scheiß Orca von ihm Das gibt's Das gibt es nicht Leute Ich schaffe es nicht Ich schaffe das nicht Ist mir zu hart Das ist mir zu hoch irgendwie hier Ich habe keine Ahnung woran das liegt Aber es ist mir zu hoch Ist mir zu hoch Leute Ich habe keine Ahnung Ähm Was kommt da mit seinem Mammut an Jawohl Jawohl Recher an Recher auf Bestätig Jawohl Ich schreche noch meinen Sammler Schön ins Gelbe ey Jawohl Nicht überfahren Jawohl Jawohl Recheratoren und Den Mammut kriegt ihr Kommt Den Mammut kriegt ihr Jawohl Ja toll Jawohl Ich habe jetzt tatsächlich hier Meine Einheiten dafür Unsere Basis wird angegriffen Die Luft jagen ey So Fah die platt man Fah die platt Jawohl Jawohl Oder so Das Ding ist fertig geworden Sehr gut Recher auf Jawohl Jawohl Ich kriege hier langsam Echte Krise Nichts klappt hier irgendwie Nichts klappt Scheiß Mission Ey Richtige Behinderte Scheiß Mission Jawohl Jawohl Behinderte Drecks Scheiß Mission Ey Meine Fresse Das kann es doch nicht sein Ich muss dem unbedingt Seine Kack Sammler weg Leben eigentlich Wartet mal Ich gehe mal nach da oben Von hier oben rein Aber da hat er doch auch Vier Türme Da sind die Panzer zu blöd Um hier Was richtig nervt Ist der Orca Also Der nervt richtig So Die müssen doch ausreichen Es sind so viele Das sind so viele Gummipanzer Oh Gott Worauf habe ich mich hier eingelassen Ey Fahr nach Hause Los Du gleich bitte auch da stehen So Die machen ja nix Die machen ja noch nix Fang jetzt bloß nicht an zu schießen Konstruktion fertig Verstärkungen sind eingetroffen So Dann könnt ihr jetzt anfangen zu schießen So Die Panzer nacheinander weg machen So Das kommt ja gleich mit dem Orca an Genau Kommt doch bitte alle nach Und nicht da unten her Und nicht da unten her Auch diese Einheiten Ich könnte echt kotzen teilweise So Jetzt hier reinfressen Los Reinfressen da So Ähm Ihr fahrt wieder da hinten rum Ey Platt machen Platt machen die Scheiße da Los Und jetzt direkt durch zu den Orcas Äh So Genau Die Türme erstmal scheißegal Ähm Geh auf die Orcas Geh auf die Orcas Jetzt Die Orcas Die Orcas Hier Drei Stück Natürlich Ey So Gut Wunderbar Mach das im Arsch Das kann doch nicht angehen So Zumindest die Orcas sind weg Okay Ey Leute Raketentyp Überfahren So Manneken Überfahren Überfahren So Sein Sammler ist da Jetzt werde ich angegriffen Oder was Ah toll Das reicht nicht wegen Deinen behinderten Manneken Ey Gut Aber er hat keine Orcas mehr Ja Natürlich Ist klar Ist klar Ey Nimm du mir nochmal Eine Sammler weg Weißt du Ey So Okay Och Beruhigen Beruhigen Das hat nichts gebracht Ne Nur die Raketentürme sind weg Wartet mal Ja der kann noch Panzer bauen Das ist das Problem Ey Der kann immer noch Panzer bauen Jawohl Bestätigt Jawohl Bestätigt Du stehst da einfach rum Kommt damit zwei Jeeps an Die schaffen es auch noch Mich kaputt zu machen Leute Leute Ich glaube ich muss mal langsam Wie soll ich das schaffen Leute Wie Hört doch auf Steht da mit nem Raketenwerfer Und bewacht die Scheiße Alter Leute Ihr wollt mich echt verarschen Kann das sein Ihr wollt mich echt verarschen Und Sammler Was machst du denn da Warum läufst du genau in die Gegner rein Zwei Panzer Und was machst du da schon wieder Leute ne ich mach gleich Schluss Das ist mir jetzt gerade egal Und ich starte die Missions mit Sicherheit Nicht nochmal neu Nur weil das Setting so scheiße unfair ist Drei Panzer Ja toll Was soll ich damit Wirklich mit drei Panzer kann ich doch nichts anfangen Mit drei Panzer kann ich nichts anfangen Rein gar nichts Doch damit könnte ich den da oben platt machen und da sammeln Verstärkungen sind eingetroffen Was machst du denn da schon wieder ey Das ist einfach so viel Was der hier hat Das ist einfach so viel So Jetzt tue ich sie kaputt man Die Orcas sind immerhin weg Ja Och ey Das ist doch wohl jetzt nicht wahr So Meine Fresse Meine Fresse Meine Fresse Kriegst du die überfahren Versuch das mal Wartet mal Nein 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 Stopp Den kann ich doch zum Sammeln schicken Warum habe ich den denn überhaupt nicht zum Sammeln geschickt Ja Leute Boah anderthalb Stunden Ne Okay Leute Ähm Wisst ihr was Ja ich weiß nicht Ich würde hier so gerne eine Pause machen Jetzt Konstruktion fertig Jawohl Wird gebaut So Aber ich kann ja jetzt ja hier Ne ich will das jetzt Ja Ne Leute ich mach ne Pause Ähm Wenn euch diese Folge gefallen hat Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da Würde mich sehr freuen Und Ja Dann würde ich sagen Würde ich euch noch einen schönen Abend Oder einen schönen Tag Tschüss Tschüss falls das Und 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 das